Hey Leute! Hi! Wer spricht? Wieso kannst du es nicht? Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Wir sind hier live am Workshop mit dem Herrn Alexander Heinrichs. Nicht sie, da bekomme ich mir so alt. Hey guys! Hallo Österreich! Sag doch mal kurz wer schon da ist. Ist schon jemand da? Du hast einen Betrachter inzwischen. Siehst du das? Zwei Betrachter. Wer ist da? Schickt mal... Also komm, bei den beiden Ladies... Nee, nicht Daumen. Wenn so zwei solche Damen im Live-Video zu sehen sind, okay, ich geh mal aus dem Bild, dann müssen da Herzchen fliegen und keine Daumen. Hey Leute, gebt mein Herz! Zehn! Ja, geht doch! Kann wir es aber jetzt lesen? Ich kann nicht lesen. Johannes... Weiß nicht. Kann ich jetzt lesen? Ich kann es lesen. Du kannst es lesen? Wir haben Selfie-Siegel. Ich muss euch auch mal kurz allein lassen, weil ich muss die nächsten Sets vorbereiten. Wir sind hier live vom Workshop mit Alex, Alina und Braun. Stell dich mal vor. Hallo, mein Name ist Alina Klevecek und ich bin hier mit Antonia am Workshop. So, wir haben jetzt unseren ersten Teil hinter uns und wir machen mit Fashion weiter. Was fragt ihr? Was sagt ihr? Oh, thank you! Thank you, Andrew! Ich hab so viele Englischsprach-Videe. Ähm... Hier mal ein Gruß für meine burgadischen Followers. Hallo, meine Freunde! Wir sind hier. Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es? Endlich mal ein Live-Video. Hey! Hallo, Matthias! Gut, wer ist dein Hintergrund? Hey Leute, wir sind live! Und es schneit! Schneit es? Es regnet. Es regnet. Sag dir mal Hallo, ihr seid live! Hallo! 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 Menschen! Halt mal! Menschen! So, bitte! Hab ich einen? Guck mal! Hallo! Hallo! Yay! Cool! Und es geht gleich los! Irgendwelche Fragen? Meine Stimme ist nur noch ständig. Warte mal! Please, reply! What should I reply? Egal! Gut! Ähm... Ich verabschiede mich jetzt. Wir sind jetzt gleich soweit und starten. Steht da? Seid ihr in Graz? Ja! Wir sind in Graz! Wir sind im Hotel gerade. Wir hatten ein paar Indoor-Shootings. Und Bilder seht ihr bald. So! Oh! Oh! Warte mal! Ich kann nicht lesen! Ich hab... Meine Linsen sind drin, aber ich bin total blind! Die Leute sind schon da! Yeah! Cool! Versteht ihr? Ja! Oh! Oh Gerhard! Danke! Ich finde sie furchtbar! Hat sie gefragt! Wird die Stimme gerne? Dann wär gern! Ähm... Hey! Hi! Nein! Die Neuen! Die Neuen! Ja! Aber wir sind gleich, ne? Das passiert Fernsehen! Das ist perfekt! Die ganze Welt! So, Alter! Sag mal Tschüß! Botschaft! Neustland! Servus Österreich! Baba! Tschüß! Wie scheuckelt man das eigentlich aus? Servus! logistics alles mit dem Straß! Wir brauchen eine Fähigkeit! Das ist alles richtig! Ne? Nö! Anita!